Ich glaube, in der WM ist es schwer zu sagen, aber wir wollen auf jeden Fall eine große Vorbereitung machen zum Meister werden. Es bringt nichts, dass wir in unserem Land eine WM machen und sagen, dass wir einfach eine gute WM machen wollen. Unsere Hauptziel sind Meister zu werden. Bis jetzt war ich mit dem neuen Trainer Skolari immer dabei. Ich habe jedes Mal alles gegeben, um sein Vertrauen weiter zu haben. Ich glaube, es fehlen nur ein Freundschaftsspieler. Bis jetzt, wenn ich noch weiter eine Top-Leistung bei Bayern München bringe, habe ich eine gute Möglichkeit, aber das ist noch nicht sicher. Ja, Thiago Silva ist der beste Partei der Welt und auch mit David Luiz. Ich habe mit den beiden schon gespielt, aber das erste Mal freue ich mich sehr auf der Karte zu sein. Und nachher schauen wir, was der entscheidende Trainer ist. Er ist auf jeden Fall die beste Welt. Neymar ist ein Top-Spieler. Ich glaube, dass wir sein Alter und seine Einstellung, was er auch schon mitgemacht hat. Er ist schon toll und stark. Ich glaube, dass er jetzt bei Barcelona noch ein Stück gewickelt wird. Ja. Ja.